Moin! Herzlich Willkommen zurück. Wir sind wieder hier am Matchen. Wir spielen mit Matsch wie auch immer. Nein, wir sind auf der Matchmap. Fünfte Ausgabe. Experience gegen Friesenjung. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lang, sondern wir springen in unsere Geräte und fangen an zu arbeiten. Viel Spaß. Ein Gruß geht auch von mir raus an die dunkle Seite. Sag mal Lois. Bin dabei. Ja, ihr seht, hier läuft alles. Ich habe keine Fahrzeuge mehr frei. Ich kann eigentlich nichts machen. Muss jetzt warten. Die Brücke ist auch noch zu. Ich würde eigentlich noch gerne einen Anhänger kaufen. Einen Ballentransport-Anhänger. Aber noch brauche ich ihn gerade gar nicht. Schau mal. Ich schau mal, was hier so passiert. Ich werde da gleich Silageballen von machen. Und die werde ich dann, wenn ich es dann hinkriege, schön an einer BGA verkaufen. Ein bisschen Geld zu generieren. So, was mir da so ein bisschen auf den Keks geht, sind die Bäume hier. Ich war ja am Baum fällen, aber irgendwie, ich habe vorher noch nie so wirklich viel mit irgendwelchen Dingens da gemacht. Mit der Kettensäge. Daher bin ich da so ein bisschen ein Novize. Diese Bäume gehen besser. Mein lieber Freund, 6 Uhr. Ich stelle mal zurück auf 5-fach. Oh ja, danke. Habe ich nicht darauf geachtet. Danke. Danke. Ich kann mal mit einem Bosch Moped hier durchlaufen. Bosch Moped, nicht Bosch Moped, ja. So, ich will einfach nur die Zeit nutzen, während ich hier bin und meine Maschinen laufen und ich eh nichts machen kann. Dann würde ich gleich mal eben... Dann kann ich nämlich hier auch gleich Bäume fällen. Jetzt sind wir doch verwöhnt mit dem Feuer. Aber dann haben wir nämlich schon mal Holz, wenn wir den Holz brauchen, zumindest ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Wie drehe ich die denn? Ja, das habe ich's. Ja, das habe ich's. Spannendetraven Jahrteam Jahruit Jahr Jahr始終 Jahr Jahr ποie Jahr Autumn Untertitelung des ZDF, 2020 So ein kleines Holz hier machen. So ein kleines Holz hier machen. So ein kleines Holz hier machen. So... Fertig. Fertig. Jetzt nur noch eben schnell die Silageballen davon haben. Langsam wird es ja wieder hell. Angenehm. So... 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 Dann laufen ja alle unsere Fahrzeuge, machen vernünftige Sachen. Das war's. Einmal wieder am Baum lang und asten. Das war auch ein schöner und großer. Das war auch ein schöner. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt müsste er den eigentlich gleich direkt aufpingen in der nächsten Runde. Ja. Das ist doch super. 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 Ich weiß noch nicht wo er hin will. Das ist doch super. 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 Und mal gucken wo er jetzt lang fährt. Das ist doch super. 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 Das ist doch sehr, das ist doch sehr. Das ist doch sehr, sehr. Mist, uns läuft die Zeit weg. Das ist übel, oder? Ja, unglaublich, ey. Ich habe noch so viel vor. Ja. Ein bisschen bin ich weit gekommen, also die Folge war jetzt gar nicht schlecht, muss ich zugeben. Ja, ich habe auch einiges geschafft, aber wer jetzt so, ja, noch ein bisschen, noch fünf Minuten und ich hätte noch viel mehr erreicht, als ich eigentlich erreichen will. Tja, aber so ist das leider, ne? So ist das Leben, ne? Time goes by. Ja. Das ist richtig. Siehste, bei mir wächst hier schon, wächst hier schon Efeu durch die Hallenwände oder so. Ja, so langsam bist du, siehste? Hahaha. Ja. Genau, so sieht das nämlich hier aus, so. Wollen wir es dann gut sein lassen? Ja, äh, äh, ja. Ich muss natürlich hier einen Knopf drücken. Ähm. Ja, im Prinzip können wir das von mir aus. Also ich müsste jetzt eh Sachen machen, aber ich meine, die Zeit läuft ja nicht weiter, wenn wir jetzt aufhören. Ihr Server steht ja, solange keiner drauf geht. Jo. Und dann, äh, ist das ja alles, alles entspannt, denke ich. Seh ich genauso. Ja. Ja, dann, äh, würde ich sagen, jetzt hat es auch bei mir Pling Pling gemacht. Die Zeit ist um, ähm. Weißt du Bescheid? Ja. Zeit zu geben. Man muss wissen, wann Zeit ist aufzuhören. Ja, immer dann, wenn es am schönsten ist, natürlich. Ja. Es wird bestimmt noch viel schöner. Glaube ich. Davon gehe ich auch schwer aus. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zugucken. Ähm, ja. Mir war es auch ein Fest mit euch, natürlich. Ja, mir auch. Das ist selbstverständlich. Ohne euch würden wir das nicht machen, weil ohne euch hätten wir keine Zuschauer und hätten, hätten... Viel mehr Freizeit. Hätten Freizeit und hätten Privatleben. Wahr, ist ja eh klar. Ja, wahrscheinlich. Ähm, nee. Also, nein. Ihr wisst Bescheid. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und, äh, ja. Ich glaube, heute ist Dienstag, dann gibt es Donnerstag die nächste Ausgabe, so wie es aussieht. Ja, in diesem Sinn. Ich verabschiede mich, sage tschau. Ich weiß nicht, ob Jens auch noch was sagen will. Ja, ich schließe mich dann mal an und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis denne.